Hallo und willkommen zurück zu The Su-Squad of Rachel Foster. So, ich muss das hier wieder machen, das ist ja so ein toller Bug im Spiel. Wir haben ja die Kirche erkundet und wir müssen das Rätsel loskennen. Okay, ich muss eine Abstellkammer finden. Eine Abstellkammer. Die Abstellkammer stand da, ne? Okay, ähm... Entweder liegen. Da geht's lang. Okay. Okay. Mal gucken. Oh, scheiße. Oh, shit. Taschenlampe. Okay, zum Glück habe ich das so hoch eingestellt. Wieso hat das Hotel so viele geheime Räume? Jemand war hier. Das ist ein Kinderzimmer. Wieso ist hier ein Kinderzimmer? Oh, shit. So, found the mystery decorations? No, no. No decorations. Is everything okay? I found something. What? I... It's like someone built some kind of bedroom. Irving, you there? Of course, yeah. Uh, what bedroom? Tell me what you see. Okay. I... Uh, there's some windows. Uh, there's some windows. Drawn on the walls. Books. Sheet music. A pink bed. It's... Like a kid's room. No way. You would have to... This place doesn't make sense. No one would live down here. Nicole, Nikki. I think you should get out of there now. Wait, wait, wait. There's got to be an explanation. Okay, that's it. Now I'm calling the head office in Billings. I'm telling them it's a code red emergency, so they'll have to... Jesus Christ, Irving. What? This is all Rachel's stuff. Oh, Zahnspange. Okay, Schlüssel... Können wir doch nehmen, okay. Wir haben einen Schlüssel. Und da ist irgendwo eine Zahnspange. Spielt man. It's from my old music box. The one in Leonard's room. I'm having a hard time following. If everything in here is Rachel's, then why is my music box's key here? I don't know and I don't want to know. Tell you what I think. Someone could have been in your room. It's egal. It doesn't matter. How can you be so calm? If someone wasn't there, he's not here now. I need to grab the chance to figure out what the hell is going on. Or went on here. Okay. Okay, die Box kann man nicht mehr anklicken. Also anklicken schon. Äh, der Schlüssel, den ich gefunden habe, gehört zum... zur Spieluhr in Leonard's Zimmer. Ich werde sie öffnen. 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 Das hilft kein... Please, you're not helping. You do realize you found the replica of a dead girl's bedroom. This is sick. This is a... The more things get freaky, bizarre, and painful, the more I need to figure out why, why all of this... We'll figure it out, with the sheriff. Once you're out of there, into a safe hotel room in town. Please, just... Listen, a bunch of strange things happened since I got here. Think about it. Phone calls on a dead line. Old lipsticks that don't go bad. Leonard's notes where he says he saw a girl that's supposedly been dead for 10 years, and now this! All good reasons to get out of there. We both agree that saving your skin is top priority, right? I've looked over every inch of this place, and there's no one. If it's true, you realize what that means? What? What are you trying to tell me? Achso. So, can I go ahead and go ahead and go ahead? Yeah. You're joking, right? You think he did this? Think about it. That Wooten... Could be an act of love. Distorted, even morbid, but... In his eyes... How dare you! My... My father might have had a lot of weaknesses. But surely... What you're saying... Leave out that he cheated on my mom. Leave out that he fell in love with a 16-year-old. But... Fucking hell! Don't you dare even think that! I... He would never have built a fucking underground shrine for a dead person! Your father had changed in the end. You didn't spend time with him, but I met him. And... I'm telling you... No! I don't give a shit about what you have to say! I just want you to know that... If you don't want to help discover the truth, don't call me! Okay... Hä? Achso, die haben mir wahrscheinlich da weggeräumt, ne? Weil, ähm... Ähm... Wir hier bei der Zeit nicht dekoriert haben. Okay. Also, der Schlüssel gehört zu unserer Spiel-Ohr. Arschlau, was fällt mir ein? Ja... How dare you? You don't know shit, you don't know fuck! Finally, a bit of peace and quiet. They'll help me clear my head without those incessant phone calls. I'm not a fucking switchboard, for fuck's sake! Okay. Let me piece things together. I just found out there's a room dedicated to Rachel Foster in my father's hotel. Maybe with items from her real room. Holy Jesus, that's freaky. Some people think she didn't commit suicide. And some even think she's still alive. So did it. Okay. I have to think it through. What concrete clues did I find? First thing. The phone call. They said Rachel isn't dead. Then, the lipstick from ten years ago turns up still good. And then, my father's various notes where he says he still sees her. If that were true, it might explain the sighting by her friend here in the Timberline. And now I find her retainer box, but no retainer. That room might not be a reconstruction. If Rachel didn't kill herself, Rachel could have lived here. But if she's still alive, why doesn't she tell her parents? Unless they're all in cahoots. No suicide. No Timberline money. No, no, no. No, I'm just being paranoid. And then, there'd be no reason for her to live in a fucking underground replica of her room. My key in the middle of Rachel's stuff. Is it a message? Where do I fit in? Are you trying to tell me something, Dad? My music box with the hockey player. I don't think I have the guts to hear that tune again. But I must. Okay. Das ist die Spieluhr. Ich hab die ganze Zeit gar nicht gewusst, dass es eine Spieluhr ist, um L zu sein. Ich hab gedacht, es ist eine Figur. Was ist da drin? Ich hab dich schon mitgebracht, um die Meta in deinem Gesicht, Dadi. Ich war so glücklich. Aber du hast andere Dinge in deinem Kopf, richtig? Und du und Mom starten kämpfler. Die Vierungen werden größer. Das war schon krass, wenn der Vater das, also Rachel umgebracht hätte, ne? Oh, okay. Okay. Okay, Tag 9. Tag 9. Das ist immer so ewig dauert. Okay. Oh, wir sind direkt hier. Ähm, okay, wir haben gar nichts. Irving. Alles okay, du bist der Einzige, den ich habe. Ich hatte Schiss. Okay. 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 Mein Vater. Vielleicht ist es mein Vater. In meiner Musikbox habe ich den medal ich won die Nacht Rachel died. Dad könnte es da sein. Und wenn er so hat, muss es ein Grund geben. Es... alles klingt verrückt. Die Nacht Rachel died. Vielleicht muss ich beginnen von dort. Ich spielte in der wirklich lange Hockey-Geme. Aber was war in der Zwischenzeit? Du erinnerst das Nacht, Irving? Ich glaube, ich war in der Kirche mit meiner Familie. Church. Das Nacht, wir hatten eine Mass für die Poor hier. Wir haben eine jedes Jahr. Wie normalerweise, Mom volunteered für mich zum Spiel. Aber sie war so busy mit einer Küche-Kitchen, dass ich Angst, dass sie bald sein wird. Ich erinnere mich, während sie sich um, sie sagte, sie hat mich geöffnet, die Mezzanine geöffnet. Du sagst, die Intermediate-Floor über die Rezeption? Was ist da? Eine Storung. Habt ihr da da? Nein, ich habe es alles vergessen. Ich hätte besser schauen, bevor ich weitergekommen bin. Okay. Ähm... Ich sollte einen Blick ins Miserie werfen. In der Mitte finden sie Dinge ihrer richtigen Position. Was ist ein Miserie? Ich weiß es nicht. Ähm... Ich habe absolut keine Ahnung. Ähm... Ich weiß nicht genau, wo lang. Okay. Ach, da, warte. Da, da. Warte mal, da war da was. Da. Bei der Halle ist das. Okay, es müsste beim Eingang sein. Es müsste beim Eingang sein. Dann schauen wir mal. Was sagt der Timer? Okay. Ich werde, glaube ich, noch zwei Folgen draus machen. Das nicht allzu lang werden. Ich höre wieder Kinder. Hallo? Wir müssen erst mal nach unten. Okay. Ich bin mal gespannt, ob der Vater wirklich Rachel umgebracht hat. Oder ob Rachel überhaupt noch le... Also, ob die noch lebt. Wir müssen eigentlich jetzt in... ...this thing sein. Oh. Ich will da nicht rein. Okay. Wo gerade dann geht die da jetzt nicht rein? Ähm... Können wir nichts machen? Puppen! Ah! Hallo! Ich bin auf der Mezzanine. Und... Es ist ein Schmerz. Es gibt mannequins... ... überall. Es sind wie in einer Szene. Es gibt einen mit einem Hockey-Stick. Wait, was die... Das ist mein Hockey-Stick! If you listen to me, whoever set up this... ...Representation... I... I think... They want to tell me that Rachel... ...was killed? But... Why my Hockey-Stick? Hello? Hello? Oh God, why isn't he answering? Irving, I swear I'm not kidding. This is a huge deal. If you can hear me, it's time to make that phone call. Wisst ihr, was ich glaube? Was ist... Was war das? Was ist, wenn wir Rachel umgebracht haben? Was ist, wenn wir sie umgebracht haben? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab Angst. Okay, ich würd sagen, wir machen für den Part hier Schluss. Ähm, die Parts gehen ja alle nicht so allzu lange. Ich glaub, einer geht zwar ein bisschen 25 Minuten, aber... ...wir lassen sie jetzt bei dem Part. Und ja, wir schauen einfach in der nächsten Folge, wie's weitergeht. Auf jeden Fall, danke schön, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.